Ich möchte für nächste Woche einen Flug nach Deutschland buchen. Die günstigste Airline, die nach Deutschland fliegt, ist Lufthansa. Der Abflug ist in zehn Minuten. Bitte, hier ist Ihr Flugticket. Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte ein Rückflugticket nach Berlin buchen. Ich möchte ein zwei-Way-Ticket nach Berlin buchen. Wir möchten alle Passagiere der Business Class bitten, einzusteigen. Wir bitten alle Passagiere der Business Class zu buchen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Ihnen mitteilen, dass sich der Flug NZ-245 verspätet. Die neue Ankunftszeit ist um 14.25 Uhr. Ich möchte gerne ein Economy Class Ticket nach Rom für nächsten Freitag buchen. Ich möchte ein Economy Class Ticket nach Rom für nächsten Freitag. Das nächste Mal möchte ich erste Klasse fliegen. Next time, I want to travel first class. Die Gepäckausgabe Baggage reclaim Handgepäck Hand luggage Das Flugticket Flight ticket Der Reisepass Boarding Pass Zollfrei Tax-free Zu verzollen To declare Die Flugzeit beträgt dreieinhalb Stunden. Die Flugzeit beträgt dreieinhalb Stunden. The flight duration is three and a half hours. Zwischenlandung Stopover Direktflug Direkt flight Tankstop Refueling stop Die Abflugtafel Flight information display system Die Abflughalle Departure hall Pünktliche Ankunftszeit Punctual arrival time Dramatung Die Abflugtafel Die Abflugtafel Кто Is Post Die Abflugtafel Lo Am Die Abflugta Dramat Er Geis Bege bat